Musik So, jetzt nochmal Leute, vielen Dank, dass ihr alle hier seid! Schönen Abendmacht! Vielen Dank für die schöne Stimmung! Bis zum nächsten Mal, Jakob! Musik 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Danke schön, wir sind in Jammeram-Bed. Danke für den März und dein Start. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder etwas Jammeram- Life in deiner Nachbarschaft ist. Auf Wiedersehen! Wir hatten gerne noch ein Foto mit euch, Leute. Wir stellen uns hier hin. Oben ist der Fotograf. Wir zählen bis drei und auf dreisten. Schaut hier einfach, dass ihr geil aussehen. Ihr müsst so geil aussehen wie noch nie in eurem Leben. Alle Hände hoch bis ganz hinten. Das Licht geht an! Erfurt für uns! Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei! Okay, das war beeindruckend. Vielen, vielen Dank, Erfurt. Habt noch eine schöne Nacht. Wir treffen unser Merchandale-Stand. Bis zum nächsten Mal, was wieder heißt. Jamram Styley in eurer Nachbarscharme! Jamram meets jacoustics hier bei euch beim 45. Krämerbrückenfest. Bis zum nächsten Mal. Wir schauen dann aus, wie möglich.